Oh, mir ist langweilig. Ich würde gerne in die Sonne gehen und das Wetter genießen. Guten Morgen Leute, wir könnten heute in die Sonne gehen. Ja, eine gute Idee. Hallo Leute, lasst uns jetzt gehen, sonst wird es zu spät. Die Strecke ist ein bisschen weit. Wow, Laura, das ist eine tolle Idee von dir. Die Sonne scheint und die Luft ist ganz frisch und angenehm. Schatz, sag mal, wir könnten vor immer hier leben und jeden Tag im Wasser schwimmen. Wow, ich kann mich hier super bewegen. Wer kann es genauso machen? Ja, ja. Oh, Alter. Endlich ist Ferien. Wie schön das Leben sein kann. Oder Schule. Wie schön das Leben sein kann. googeln, wasstatti. Wie schön das Leben sein kann. Wie schön das Leben sein kann. Untertitelung des ZDF, 2020